Lass mich anstossen. Schreiber talkt. Dieses Mal mit Bo Katzmann und Ronja Bohrer. Vater und Tochter gemeinsam musikalisch unterwegs. Jetzt machen wir zusammen Musik. Es hat sich so fünf alleine ergeben, dass wir da voll Freude daran gefunden haben, zusammen zu musizieren. Und dann plötzlich ist eine Konzertshow daraus entstanden und jetzt auch noch eine CD. An der Bar bei Pet Schreiber geben Vater und Tochter ungewohnte Einblicke ins Privatleben. Ich habe schon mit neun Jahren angefangen Gitarren zu spielen. Und ich hatte ein grosses Vorbild, Elvis. Du hast vorher schon gehört, dass du ein Psychologiestudium gemacht hast. Ja, ich muss ja auch die spinnerte Familie interrogieren können. Nein. Es ist eine gute Entscheidung, dass du bei dem komischen Vater, den du da gefasst hast, Psychologie studierst. Nein, ich finde es einfach ein wahnsinnig spannendes Gebiet. Noch nie habe ich so viel getrunken, dass ich am nächsten Morgen Filmriss habe. Schreiber talkt auf auftanken.tv Ja. Ja.